ich habe teilweise der erste der erste einbrüche also irgendwas passt ja nicht jetzt kann nur sagen sonst starten wir mal alles neu ja ich glaube das müssen wir tatsächlich mal machen was hier komisch so nach einer kurzen werbepause geht es jetzt auch weiter ich hoffe dass es jetzt mal läuft ok ich sehe deinen namen du bist so wie ewig weit weg von mir ich bin am farm deswegen der zwischen der gute mann ist am farmen sowas wollte ich da mal ich wollte bauen und mein inventar wollte ich mal leer machen genau das hat mir so aus dem konzept gebracht alles wir müssen sowieso mal hier auch die basis das alles so das gefällt mir alles nicht nee das ist alles so also nicht nicht hässlich sondern einfach alles durcheinander ja es ist etwas total pragmatisch gerade absolut das braucht alles mal eine vernünftige form so richtig lagerräume wo man die kisten übereinander stapeln kann ja abteile mit sortieren wir müssen auch mal gucken diese treppe hier die gibt mir mega auf den keks das ist auch so eine sache die ist nicht schön das ist hätten direkt an ja wir können es noch umbauen das ist ja gar kein problem die grundfläche von 5 x 5 ist nicht groß aber wir könnten theoretisch ja auch nach oben hin uns vergrößern mit den horizontalen balken könnten wir im prinzip aus 5 x 5 machen wir 6 x 6 oder 6 x 7 das könnte man ja zum beispiel das ist so nach oben hin und schmal wird es nach oben hin halt einmal breiter dass wir mal ein bisschen platz kriegen ja sowas zum beispiel genau aber ich habe das gefühl wir haben keinen fünf mal fünf so wie das aussieht weil ich baue jetzt gerade oder nee das kann das tatsächlich kein fünf mal fünf wir haben nur vier mal fünf sehe ich gerade vielleicht ist das deswegen auch alles so ein bisschen komisch und schmal so vielleicht da ist er und 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 kraftet er kraftet also ich gehe mal hoch also ja genau ich mal hoch und runter macht dort dort herr marschen haben wir das dann das hat dort herr marsche wo packe ich mir immerhin auf die 1 dass dies abbauen ist aber auch ziemlich cool gemacht ich finde es mega das so mal stück für stück so ein bisschen mal ein bisschen was was weg fällt davon so abbricht halt das kannst du jetzt schraubenschlüssel bauen bestimmt ich muss nur gucken wie es geht also ich kann sie bauen aber da brauchen wir wahrscheinlich dann eine andere werkbank noch führen weil soweit ich weiß geht das an denen die wir hier stehen haben nicht wo ist eigentlich acht deswegen hatten wir noch eine fallmaschine weil ich die balliste beim letzten mal abgebaut hatte weil das die hat dass die hier durch das gebäude schießt gefällt mir nämlich auch nicht ich würde jetzt bei jeder balliste ich mache jetzt wie so einen kleinen also so kleine ja wie soll ich sagen mini podeste die so ein halbes fundament nach vorne ragen also ein halbes dach da stelle ich die jetzt drauf und dann mache ich dahinter ein türrahmen mit natur dass die quasi nicht nach hinten schießen weil bevor hier bei uns was reinkommt oder wenn hier was reinkommt dann haben wir eh verloren dann sind wir eh durch das stimmt wenn eine gute möglichkeit haben irgendwann hin zu laufen genau so ich brauche ich habe tatsächlich von allem genug nur bearbeitet das leder muss ich noch holen perfekt so liebe ich das doch will zu einem schneemann bauen hatte ich die eigentlich das eine winterbild geschickt mit sa mit sa wiese wurde diese ganzen leute am rodeln man das war mega oder das war echt gut aus ich liebe sowas ja was fehlt mir jetzt ab fallen maschinen film ja okay das ist ja kein problem also dass na also da lang gefahren sind so ich fand das so schön irgendwie wie sieht denn sie kisten nicht an warum tut das jetzt ich brauche was bräuchten überhaupt hattest du das kumpel hat es mir gegeben sehr gut wo war noch mal der kupferdraht da war der kupferdraht sehr schön bisschen licht fände ich mal ganz nice du darfst dir gerne du darfst dir hier gerne so eine so eine lichtgeschichte hinbauen was möchtest was matschen aber die so rum ich habe was gegessen bevor so verrugematscht eben geht übrigens bald wieder los na ja ja das schon gesehen das im winter ist voll ich flippe aus hier das geil von der serie paschka sowas gucke ich tatsächlich gar nicht da dreht sich alles mega gerne aber sowas kannst du mich jagen sowas kannst du mich einfach jagen ja wie wir da lang gefahren sind und ich das so gesehen haben sag ich zu meinem bruder ich sag ey hier müssen wir kurz mal aussteigen müssen wir fotografieren schön aus der ferne ne damit auch definitiv man nichts erkennt gesichtertechnisch also gerade weil es auch mit dem handy aufgenommen muss ich mal die kamera ist gut von dem handy muss kann man nichts anderes sagen aber die ist halt nicht so gut dass man da jetzt groß jemand darauf erkennt aus der entfernung außer schwarze schämen ist ja auch so halb gegen das licht fotografiert von daher passt das schon ich fand zeit wie gesagt einfach so mega schön da diese leute am rodeln hammer hat man ja irgendwie zwei jahre lang nicht nicht sehen können ja auch so generell ist ja es ist ja nicht mehr so mit mit viel schnee und so naja das stimmt das ist ja einfach mal generell so ein problem was wir bei uns mittlerweile hier haben dass wir einfach kaum noch schnee haben und dabei liegt bei uns ja sogar noch relativ schnee ne also das stimmt bei euch ja auch noch ja das stimmt bei uns ja auch wir haben halt häufig schnee aber leider halt nicht mehr im ich sag mal im umland also das flachland und so das ist halt bei uns ist direkt ist wenn es das teil runter geht sind auch die großen flüsse und da ist halt eh nix mehr mit schnee das ist dann echt seltener ja irgendwo habe ich vorhin metallplatten reingelegt ich habe welche dazu gelegt das ist gut jetzt muss ich nur finden da habe ich die schon raus genommen das kann ja auch sein nein da sind sie ich glaube nämlich dass es eine gute idee ist wenn die überall an die türen sind sagt wenn die balliste dann nämlich nur noch wirklich nach vorne und maximal noch zu den seiten hinschießen kann ist das schon ganz nett ja ich glaube das gefällt mir weil die könnte jetzt natürlich noch so diagonal darüber ballern ja aber so weißt du was wir machen die seite aber komplett generell mal zu also bis jetzt sagen wir wir stehen ja eh oben drauf na ja ja so unten ist fertig geil ja was fehlt jetzt schwer nägel okay ist kein problem da brauchen wir nur diese diese pickel da dafür ach ja machst du ne halbe ne halbe was ne halbe ach das ist viel überlasten jetzt traf ich das genau das ist das was ich meinte das so ein bisschen vorgelagert ist so ganz leicht dann kann ich ja hier oben ist eigentlich was bauen ich kann ja dann anfangen hier ja im prinzip so dass wir aber bitte noch platz haben zum laufen so ein bisschen wenigsten das soll nicht alle zwei meter irgendwo kleben bleiben aber sonst könntest du hier jetzt dann soweit kannst du dann bestellen wenn du das möchte ich setze jetzt diese es ist okay wenn du die etage über den handwerksdingern nimmst und haben muss man was du hast was du brauchst ich mache jetzt noch eine oben drauf nochmal und dann tobe ich mich da oben einfach aus weil die frage ist also oder was willst was möchtest du denn noch bauen fragen wir mal so das hast du vorzubauen keine ahnung ich gucke mal okay so wenn man danach laden muss macht man einfach tür auf kann man nachladen das ist jetzt so das war die witzig die türen hören sich genauso an wie die kiste mit aufmacht das ist ja toll ich habe sind die kiste noch mal wieder 200 steine gelegt okay haben wir erst mal ein bisschen material und auch 30 zement wir müssen wir müssen die kistenorten das ist das ist ein krampf alter kann man versuchen die kisten irgendwie bist du mal zu ordnen mach du mal ich wollte gerade ein bisschen bauen noch also ich darf die die scheißarbeit hier machen alles klar ja mal vor allem ich sortiere immer so ich machen wie gern aber schlug naja das ist not gedrungen würde ich sagen aus der not heraus geboren ich habe noch eine fallmaschinen sich kann ich kann das tut gerade irgendwie richtig gut dass die drumherum einfach dicht ist ja echt gut ja irgendwie stört das jetzt nicht wenn es offen ist aber wenn dich das freut ist das natürlich eine feine sache wie gesagt wenn ich das jetzt gerade freut ist eine feine sache ich weiß halt jetzt auch gerade nicht von wo die hauptsächlichen zombie wählen kommen ich glaube hier setze ich noch eine balliste hin ich glaube hier macht das sinn ich gerade gesehen habe dass ich noch eine fallen maschine habe und dann macht es Sinn die dann noch zu verwenden ich denke mein plan könnte gut aufgehen und ich versuche das wie gesagt immer so bisschen zu ordnen das ist ja ja gruselig soll ich hier die etage auch mit wänden zu machen da würde ich das also die die über mir hier die etage würde ich gern offen haben damit man da wirklich einfach runter ballern kann so wie man da mache ich wieder nur mit holzpfosten genau das wäre super weil das fände ich schon ganz nett wenn man da einfach so wie man möchte runterschießen kann egal wo man steht was haben wir hier jetzt drin was könnte ich dabei rein lagern hier könnte ich rein lagern ja eigentlich mal alles was irgendwie pflanzlich und holz und so kram ist dass mich mal raus und also generell naturprodukte kommt der stecker da mal raus die federn genau obwohl die knochen ist ja deswegen bin ich jetzt auch gerade dabei die pistole das kannst du gerne tun ja so hier sind so metall sachen und stein drin wenn noch etwas aus metall hier sind reisen waren zu kupferzahnrädern ja auch noch normal zahnräder alles ruhig mit rein muss gleich anfangen die ballisten zu beladen hast du noch stöcke neun okay wir müssen noch mal schnell wir müssen noch mal schnell loslegen die ganzen dinger nach nach laden so schießt nämlich gleich im dix nicht haben wir nach der letztenzeit zum anderen nicht nicht alle oder ich war schon ja meinst du weißt du es zu 100 prozent sicher gut dann sollten wir jetzt noch mal ganz schnell raus und ganz schnell erste fahren ich lade mal eben schon unsere ballisten das könnte so ziemlich ganz böses erwachen geben und ich komme jetzt nicht unsere fallen da nicht funktionieren weil die alle nicht das wird es aber auch eben erst eingefallen wo ich es jetzt gesagt habe dass wir ganz schnell runter gehen mit messer hier kleine büsche fahren und dann nochmal schnell an den fallen lang gehen und überall nochmal nachladen oder reparieren oder whatever da würde ich dann ganz gerne auch nochmal sicher gehen so bolzen habe ich noch ein paar im inventar das ist gut so messer lege ich mir mal ganz schnell auf die zwei weil es ja schnell groß aus bäumen fällen wieder mehr äste raus als wenn ich jetzt wie viel christina also aus dem baum kriege ich so acht bis zehn äste und aus dem busch auch oft nur blätter und ranken also da habe ich jetzt aus dem ersten busch gleich sieben äste rausgezogen ja noch einmal paar sekunden zeit ja das ist immer so ein zombie oder zwei zombies die mal voraus laufen aber im allgemeinen haben wir noch moment zeit ok ja ich habe jetzt noch mal acht ich habe eine menge nachgeladen ich lasse die tür für dich aus ja gut da kommen wir jetzt auch an so viele zum bisschen näher ist die ganze ballern sind ich gucke gerade da drüben schießen der schießt aufs haus obwohl da gar nichts ist das für die bescheuerte balliste ja südosten vom osten kommen die balliste hier macht gerade nur quatsch weil die schießt einfach nur auf dem haus da können sich diese ballisten jetzt gerade nicht drehen weil die zu dicht an der hauswand stehen durch die türen kann das sein dass sie dadurch echt behindert werden das ist diese balliste offiziell verpackt doch nicht sie hat den kopf geschwenkt also sie hat den kopf gesenkt weil sie keine muni mehr hat weil sie einfach nur sinnlos in der ballerei gedonnert hat sie hat die ganze zeit auf das gebäude da hinten einfach nur auf die sinnlos auf die metallwand geschossen ohne dass da was war die ballisten geht schon geil ab ja ja was wir machen das ist nur anfang so glaubt man es wird es wird noch momente geben wo du denkst wir bräuchten noch mehr ballisten ich habe das auch gedacht so die ersten welt wo ich dann mal ein paar ballisten hatte dachte ich auch so geil aber ja fast nichts mehr und dann kam das erste mal die sprenger und habe mir mal gesamtes haus da zerlegt meine gesamte base danach habe ich ein wenig anders gedacht wo bist du eigentlich gerade unten und steht mit der kohle auf ankommt ok ich nehme noch pfeil und bogen die munition die haue ich noch nicht raus ich glaube ich glaube ich die das grünling oh ein dicker aber so obwohl der grünling ist tot sehr schön du stehst doch hier kommt mal direkt vor dir da und wieder unten ist ein zombie der 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 hat jetzt die ganze die auf unsere sachen da drauf gehauen wo du eben stand ist jetzt sollten wir uns mal angewöhnen dass wir immer so auf einer oder dass wir uns mal die gleiche seite kommen und nicht mal in uns her laufen ok dann bleib ich jetzt mal vorne richtung hauseingang du guckst hinten raus ich mache das lieber hier oben weil hier habe ich keine begrenzung durch die fenster raum naja das nervt auch so ein bisschen deswegen habe ich ja gesagt was das soll das hier und frei bleiben damit wir hier oben schießen können dafür ist ja dass die etage hier wirklich gedacht und das macht ja auch wirklich sinn weil hier ist halt weit oben hier kann außer kann das nichts rankommen und wir sehen aber alles von der plattform von den ballisten aus kann ich auch ja das problem ist wenn sich die balliste dann auf einmal zu dir dreht weil irgendwo da ein feind ist dann schießt sie nämlich auf dich ja ich merke solltest du nicht machen vielleicht sollten wir einen wehrgang bauen einmal kommt noch mal zu mir hoch von johann kannst du so geil schießen du brauchst gern auf der berger müsste es aber nur mal hier hoch kommt an auf die kampffläche ist das nah wurf spiel oder was ja ist mega stark aber langsam ja ich finde die bürgen die war gefunden haben halt mega wir sind schon gut ja mal ist bereit bei lobs was macht diese ballisten besucht die ganze zeit ein ziel was eigentlich müsste jetzt ja da kommt man mal eine horde von südwesten her aus richtung stadt deutsch die flieger die haben eine geschwindigkeit ich komme doch gar nichts an sehr geil die ballisten muss man darauf achten die ballisten mähen auch kleinere bäume und gebüsch und sowas nieder sagt wozu sieht man mal was fallen wir fragen die zombies das liegt dann aber an hier naja kommt jetzt bei mir ja treffer schön das ist geil oder schießt ja doch gegen die hütte gegen die scheiß ballistin also dass das mit dem mit dem anvisieren von den ballisten das auch ein bisschen lächerlich finde dass die trotz wenden und so immer noch anvisieren können das sollte so nicht sein schöner schuss regulares ich gebe mühe den hat unsere falle erledigt aber es ist noch nicht zu ende es müsste noch eine welle muss noch kommen ich glaube die ballisten sind jetzt auch fertig soweit yeah headshot hinten richtung südosten raus schöner schuss ich habe nichts mehr zum schießen meine pfeile sind alle aber ich habe ja noch meine meine gun ich glaube wenn noch haben wir kampfmusik okay bei mir packen die zombies weg und lassen in den beutel da also ich glaube mir fehlt einfach da gerade eine animation das zerplatzen sie gerade voll konzentrieren ja ich werde ich werde die munition hier unnötig rauskneiden deswegen da sitzt da muss jeder schuss irgendwie möglich sitzen hast du ja ich finde ich bin ganz kurzer vor hast du ein bisschen mehr gesehen was auch gar nicht ob ich level abkomme level abkriege wenn ich oder das metzger wenn ich denn mit der klare weg 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 ziehe doch kriege ich ok level abkriege ich ja 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 ja